Der Herbst. Im Rheintal unten, da sprießen die Blätter nicht nur viel, viel früher wie bei uns im Schwarzwald, sondern sie bleiben auch viel, viel länger hängen. Zählt man diese Plus-Blätter-Tage zusammen, kommt man auf geschlagene zwei Monate mehr. Und das ist halt genial für die Landwirtschaft. Deswegen müssen wir uns auch von diesen Flachlandbewohnern da auch immer solche Sprüche anhören, wie zum Beispiel, haben wir dieses Jahr wieder eine Erntekette. Zwetschgen, Zuckersieße, Äpfel, Birnen. Und ihr, eure Zwetschgen? Lass mich raten, so groß und so sauer. Und wer will das wissen? Wobei, der Herbst und der Winter hat ja durchaus auch seine positive Seite. Ich rufe ja zum Beispiel sehr ungern im Amt in Freiburg an. Aber es gibt so Zeiten, da tue ich das richtig gern. Ja, hallo, Brigitte. Und, wie geht's? Hä, nein. Minus drei Grad. Und Nebel? Hä, nein. Wir haben ja ein Plus-10 und sitzen in der Sonne. Hä, ja. Und der Chef hat schon eine Sonnenbrand auf der Platze. Nein, sonst gibt's eigentlich nichts Wichtiges. Nein, nein. Ich muss jetzt sowieso Schluss machen, gell? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Drückt ins Tal die Inversion, da schallt vom Berg nur Spott und Hohn. Hahaha. 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 Vielen Dank.